so hallo und herzlich willkommen heute mal zur abwechslung kein short video sondern mal ein etwas längeres da wir heute meine tin von dem neuen paldea fade set aufmachen und mal sehen was wir drin haben wie sich gehört natürlich mit auch wenn ich persönlich die früheren karten besser fände wie jetzt die kristallin form aber ist ja geschmackssache dann haben wir vier booster und schauen wir mal ob man was gescheites ziehen schon mal ein shiny pandemimi nimmt man mit und einmal nichts traum wäre natürlich taubsee taubburger taube sind shiny auch wenn die chance relativ gering ist aber man kann ja träumen und einmal bruch eine ex von dem angeblichen 10 tach aber es dann doch kein 10 tach ist und zum letzten fall springt der pikachu ein bisschen glück voller shiny nimmt man auch mit also alles in allen eigentlich eine ganz gute ausbeute muss man sagen zwar jetzt nicht die ultra krassen karten aber auf jeden fall besser wie gar nichts hätte schlummer sein können gut dann bedanke ich mich viel begann in die kommentare und wir sehen uns macht's gut schlummer gut und ich habe es